In den heutigen Vivi-News traurige Nachrichten aus der Vivi-Community, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an und wir schauen uns auf jeden Fall noch weitere Funktionen im Vivi-Verse an, sowie unter anderem auch nochmal den Omikos. Das war sehr viel mehr, jetzt in diesem Video. Willkommen bei euch, ich bin es, dein Captain, dein Vivi-UG und heute auf jeden Fall mit einem etwas anderen Video, denn heute muss ich einfach sagen, ja, ist ein wirklich trauriger Tag, muss man einfach wirklich so sagen. Wir haben ein großes Mitglied in der Vivi-Community verloren, vielleicht der eine oder andere kann den Silicon Secure, beziehungsweise der Todd-Fader, ein großer Batman-Fan, ein großer Todd-Halter mit auch einer der größten Vivi-Whales überhaupt und ja, ich hatte die Irre, ihn tatsächlich letztes Jahr auch in L.A. kennenzulernen und es war wirklich ein fantastischer Mann, ein sehr lustiger und auch humorvoller Mann und ich bin wirklich, wirklich traurig, dass wir ihn an dieser Stelle jetzt verloren haben. Er ist an der Krankheit Krebs gestorben und ja, es ist natürlich ein nicht nur schwieriger Tag hier an dieser Stelle für die Angehörigen, sondern natürlich auch für die Community, weil wir einfach wirklich auch jemanden verloren haben, der auch, der schon seit sehr, sehr langer Zeit mit dabei ist und hier auch immer dran geglaubt hat und ja, wie auch schon erwähnt, ist leider jetzt nicht mehr unter uns und da wir alle wissen, dass in den USA die Lebenskosten, beziehungsweise auch die, ja, Krankenhauskosten extrem teuer sind und nicht mit hier zu vergleichen sind, gab es von ViviMagic unter anderem jetzt hier auch eine GoFundMe-Aktion, wo ihr sozusagen hier an dieser Stelle seine Familie supporten könnt. Ich werde euch den Link zu dieser ganzen Sache unten verlinken. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir hier auf jeden Fall seiner Familie und auch seinen Kindern ein wenig Unterstützung geben können, nach diesem, ja, wirklich großen Verlust, muss man einfach sagen. Und jetzt würde ich aber auch sagen, starten wir weiter rein mit den heutigen ViviNews. Der nächste Comic-Job steht natürlich auch vor der Tür und hier sehen wir UncannyAvengers Hashtag 1 aus dem Jahre 2012 und das Ganze droppt am Dienstag um 17. deutscher Zeit und hier sehen wir die First Appearance of Uncanny Avengers, beziehungsweise der Avengers Unity Squad und das Comic ist natürlich an dieser Stelle relativ neu. Das sind mal die Cover, die wir hier sehen werden an dieser Stelle. Das Comic selber ist nicht gerade viel wert und, ja, meiner Meinung nach auch jetzt nicht wirklich mega wichtig, deswegen ist das Ganze für mich jedenfalls ein Skip. Ansonsten gab es tatsächlich auch schon vor einigen Tagen das Update und zwar nämlich in der Web-App und zwar könnt ihr dort jetzt unter anderem auch den Feed öffnen. Und meiner Meinung nach sieht das wirklich sehr, sehr cool aus, funktioniert auch relativ gut alles. Ihr könnt hier euren Showroom teilen, ihr könnt natürlich aber auch einfach nur eine Message posten, ihr könnt hier darauf reagieren und so weiter und so fort. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Probiert das auf jeden Fall gerne aus und schreibt mir dann euer Feedback unten in die Kommentare. Ansonsten gibt es auf jeden Fall noch einen sehr interessanten Fakt über das Vivaverse und zwar gibt es nämlich ein Tool, mit dem ihr euren kompletten Himmel im Vivaverse eigenständig gestalten könnt mit einem 360-Grad-Image. Brockmack Blockchain hat an dieser Stelle hier einmal Beispiele geliefert, wie sowas dann theoretisch gesehen aussehen könnte beziehungsweise wie ihr euren Space dann an dieser Stelle hier gestalten könnt. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig cool, wenn man sich vorstellt, dass man das hier wirklich auch in sein Vivaverse Home einfach integrieren kann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool und bin auf jeden Fall sehr gespannt, was für Himmel dann teilweise manche Leute hier auf jeden Fall auch in ihr Vivaverse packen. Ansonsten gibt es auf jeden Fall auch noch ein weiteres AMA beziehungsweise Interview mit David Yu. Ich habe dir persönlich ehrlich gesagt jetzt nicht super viele wichtige Sachen rausgehört. Das einzige Wichtige meiner Meinung nach war auf jeden Fall, dass es insgesamt momentan 50 Test-User vom Vivaverse gibt. Ansonsten tatsächlich relativ wenig Dinge, die tatsächlich auch wirklich relevant und auch interessant sind. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch mal den Omi-Token an, denn der hat ja in letzter Zeit doch relativ interessant reagiert und hier gibt es auf jeden Fall jetzt ein Update von mir. Momentan sind wir hier 4,5% im Plus. Wir sind hier wieder über den 7,1 und wir haben an dieser Stelle hier auch einen schönen Comeback gesehen vom Markt. Insgesamt sind wir tatsächlich hier auch noch mal weiter nach oben gekommen. Wir sehen jetzt aber hier auch tatsächlich, der Markt hat das Ganze hier absorbiert. Der Markt hat jetzt an dieser Stelle noch 14 Stunden Zeit, um hier tatsächlich das Ganze noch auszubauen. Wir können auf jeden Fall abwarten. Wir müssen an dieser Stelle natürlich abwarten, wie sich der Markt hier weiter entwickelt. Nichtsdestotrotz rein technisch gesehen sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier den Pump gesehen mit einem schönen Momentum, sind ja noch mal zurückgekommen, wie man hier auch sieht, genau in den Bereich mit der roten Candle, sind dann direkt wieder nach oben und haben jetzt tatsächlich auch hier einen kleinen Zuwachs gesehen in den letzten zwei Tagen von in etwa 12%, was an dieser Stelle schon mal gar nicht so schlecht ist. Jetzt ist es auf jeden Fall wichtig, hier diese Resistance zu brechen in diesen Bereichen etwa und dann hier auf jeden Fall mit einem schönen Momentum nach oben zu kommen und dann wäre tatsächlich auch Luft bis hier oben hin. Man muss aber natürlich auch ganz klar sagen, das Ganze sind bis hier oben hin knapp 50%, was der Markt jetzt noch machen müsste. Das ist natürlich ganz schön viel und dementsprechend muss man natürlich schauen, okay, wie schnell passiert das jetzt auch, wie hoch ist der Viviverse-Hype auch einfach, denn davon ist es tatsächlich meiner Meinung nach momentan abhängig und natürlich was auch geleakt wird auf technischer Ebene noch, was den OMI-Token und das Viviverse angeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt. Ich kann aber auch auf jeden Fall dir nur empfehlen, betreibe am besten DCA, investiere immer mal wieder kleinere Summen und dann damit fährt man eigentlich momentan meiner Meinung nach am besten, wenn man auf jeden Fall noch an das Projekt glaubt und hier auf jeden Fall noch weiter OMI-Token aufbauen möchte. Und an dieser Stelle war es das Ganze auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten, wenn da gebe ich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen und wünsche dir auch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.